YouTube Rewind 2016 Wie würde sowas eigentlich nur für Deutschland aussehen? Let's do this! Ja, moin Leute, heute machen wir einen Bombenprank! Ja, hier eine Bombe! Oh fuck, eine Bombe! Ich hab 15 Sekunden! Ja Leute, neues Minecraft-Let's Play! Heute erzähle ich euch mal, wie ich in der letzten Folge gestorben bin! Das war echt wirklich komisch! Was soll das denn? Let's Plays sind doch total out! Probiert's doch mal hiermit! Hey meine Lieben, heute ein 100 Schichten Knargelack-Video! Leute, ich verschick mich heute selbst per Post! Es ist mega warm hier drin! Ich weiß gerade auch nicht, wo ich bin! Was soll das denn jetzt? Ein soziales Experiment! Jo Leute, was geht ab? Heute spähre ich mich mal für 24 Stunden auf dem Klo ein! Fabi, mach die Tür auf! Scheiße! Jemand steht vor der Tür! Aber ich glaube, er hat mich nicht gehört! Fabi, ich weiß, dass du da drin bist! Und wenn du jetzt gleich nicht rauskommst, ruf ich die Polizei! Jo Leute, willkommen zu meinem Statement-Video! Mein letztes 24 Stunden-Video war ja wirklich sehr umstritten! Und ich finde das, was Tobi getan hat, dass er die Polizei ruft, war nicht in Ordnung! Das, was Tobi getan hat, dass er die Polizei ruft, war nicht! Okay Fabi, du willst Beef? Dann kriegst du dein Beef! Ich mach heute ein Realtalk-Video! Realtalk! Was machst du denn hier? Ach shit, ich muss schon längst in der Küche! Freunde, ich mach heute den größten Oreo der Welt! Dafür hab ich 1000 Oreos mir ge- Hä, woher kam das? Was macht ihr hier draußen? Die extreme Fußball-Challenge! Fußball ist total blöd! Musical.ly ist viel besser! Ich bin Leilinator mit ganz viel Stolz! Ich bin stolz auf Siemens! Das ist verdammt cool! Drop it! Das war YouTube Deutschland 2016! Das war YouTube Deutschland 2016! Und das war YouTube Deutschland 2016! 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 Bis zum nächsten Mal.